Willkommen zurück zu einer weiteren Session Hearthstone. Es stehen jetzt noch die Herausforderungen an in Karazhan. Und die wollen wir natürlich auch jetzt noch erledigen. Einmal mit dem Paladin gegen den großen bösen Wolf. Okay, bekommen wir Portal Silbermond. Verleiht einen Diener plus 2 plus 2, ruft einen zufälligen Diener herbei. Der 2 kostet. Das ist doch mal sehr nett. Und für den Hexenmeister gegen Juliane ruft eine Kerze 1-1, einen Besen 2-2 und eine Teekanne 3-3 herbei. Okay, Karazhan. Finde ich nett. Finde ich lustig und nett. Gut, fangen wir mit dem Paladin an. Mal gucken. Wie sich das Ganze jetzt schön verhält. Uta gegen den großen bösen Wolf. Lauf, kleines Mädchen. Lauf. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Ich bin doch kein kleines Mädchen. Und um dessen Kosten. Okay. Ja, kann man lassen. Die Justikaret für 1. Das ist natürlich mega episch. Weil dann können wir in der zweiten Runde gleich... Ich liebe es, das Publikum mit einzubeziehen. Lauft, kleiner Gast. Lauft. Nein, tue ich nicht. Nun verziertes Ei. Todesröcheln. Zieht eine Karte. Okay. Kostet doch wirklich nur 1, Mana. Hat aber wohl wahrscheinlich mehr Angriff. Aber hier... Ich habe auch deine Diener. Sieh, wie sie vom Mittelwerk weichen. Die weichen nicht zurück. Die pumpen nur meine Heldenfähigkeit auf. Bars, du kannst nicht spielen. Ruft 2 Welplinger 1-1 herbei, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Habe ich nicht. Deswegen... Melde mich zum Dienst. Mal 2. Disqualifiziert. Der Terrorwolf Alpha. Der große, böse Terrorwolf. Hm, was machen wir jetzt? Melde mich zum Dienst. So, und... Einer geht rein. Noch einer. Und du bist disqualifiziert. Oh, die haben schon ein bisschen mehr Life. Da muss ich mir ja schon ein bisschen was mehr einfallen lassen. Nimm mal das Portal. Komm, auch die Justikane. Drei, zwei, Spots. Okay. Dann kriegen wir noch ein Portal von SilverMond. Und dann lasse ich ihn angreifen. Weil er muss in den Spot reinrennen. Oh, und weg damit. Weil jetzt werden wir noch ein bisschen unfairer. Oh, sogar mit Ansturm. Nice. Also... Ne? Ein bisschen Glück muss man ja haben. So. Disqualifiziert. Dann hau' mich doch direkt mal an hier. Oh, die große, böse Klaue. Und damit haus ich dich fast ins Haus. Bezüglich du hast dich jetzt ausgehauen. Weil jetzt Eppe ist. Boing. So, da haben wir schon die erste Karte. Hat keine fünf Minuten gedauert, das Spiel. Dann wollen wir jetzt noch gegen Juliane. Ah, jetzt ist das bei mir vertauscht. Okay. Gut. Dann, Gul'dan. Leg mal los hier. Gul'dan gegen Juliane. Juliane. Eure Seele wird mir gehören. Okay. Der gefällt mir nicht so wirklich. Ähm. Die gefallen mir alle nicht für die Startout. Die nehme ich alle nicht. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr eine Karte abwirft. Okay. Willst du mich zwingen? Sieh dich vor. Ähm. Wovor soll ich mich vorsehen? Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Das war's. Irgendwann werde ich ein echter Ritter. Echt? Wüsste das? Oh, schade. Okay. Na, danke. Das Deck gefällt mir nicht so. Na gut. Jetzt will er mich hier prügeln. Während eures Zuges ist es eurer Held immun. Das ist ja mal richtig Hammer. Das funktioniert nur bei einfacheren Gemütern. So. Das Problem ist... Ja, einmal muss man nichts machen. Oh, der Künstler scheidet mit mir dahin. Aber mit Waffe. Okay. Ja, ich bin ja jetzt sowieso immun. Wunderbar. Die lasse ich jetzt mal nicht angreifen. Oh, 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 oh. Sieht gar nicht so gut aus für mich. Okay. Das war jetzt eine Fehlentscheidung von dir. Irgendwann werde ich ein engster Ritter. Okay. Dein Kollege ist aber schon da. Hm. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Dann machen wir uns selber. Das war jetzt mal. Machen. Ahh. Ja. Vorbei. Okay, eine Niederlage haben wir. Ein bisschen schlecht gezogen, finde ich. Bezüglich, das ist auch nicht so mein Spielstil, Karten abschmeißen. Gut dann, gegen Julien! Welch Teufel bist du? Eure Seele wird mir gehören! Oh, ein Pax-Meister, die sich halt immer noch sehr viel Selbstschaden zufügen. Das ist natürlich immer sehr gefährlich. Ah, das und das wäre gut. Ab. Willst du mich zwingen? Sieh dich vor! So. Dann gehst du jetzt sicherlich ins Face, genau. Ey, diese Karten... Nur Verständnis dafür. Wirklich? Ich bin zwar gleich, aber furchtbar böse. Ihr könnt nicht vorbei. Ich habe vor nichts Angst. Außer vermeisen. Genau. Ich fange jetzt einfach mal auf, an D zu schießen. So süßes Trennungsweg. Aber das weg. Und das weg. Eine Karte ziehen. Und fertig. Jetzt kommen hier aber richtig dicke Viecher langsam raus. Ziehe ich noch eine Karte oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Weil das Vieh will ich nicht wirklich ausspielen. Ich könnte auch das hier ausspielen. Oder halt einfach die Faust. Komm, wir spielen einfach mal die Faust. Ach. Hat der Gotteschild bekommen? Mal gucken, es rubelt jetzt irgendeine Liebe. Komm, milde, liebevolle Nacht. Komm, gib mir meinen Romulo zurück. Okay, gut. Jetzt haben wir die Tassenarmee. Dann holen wir mal die Tassenarmee. Dann holen wir mal die Tassenarmee. So, dann... Wir müssen uns mal wieder für ein bisschen Ausgleich sorgen, ja? So, dann... Dann einmal so. Einmal so. Die Tasse aufkommt sich auch. Okay. Und so. Ah, sieht schon besser aus. Parade. Ist nicht schlecht. Ich meine Lieben. Okay. Dann haben wir hier einmal so. Einmal so. Okay, ist die eine Dreckskarte weg. Sieht schon besser aus. Ich habe immer noch meine Wanns. In meiner Liebe. Und ziehe schon wieder einen Haufen Manns. Ja, gut. Machen wir einmal so. Oh, der Verkauf. Der Verkauf hat sich auch nicht. Nein, ich habe auch nicht überwältigend gemacht. Bevor ich das mache, ziehe ich noch eine Karte. Äh, immer wenn wir eine Karte abschmeißen, tun wir gerade nicht. Oh, der Verkauf hat sich auch nicht überwältigend gemacht. So. Karazam. Karazam. Ja, das waren auch jetzt die Herausforderungen. War ja jetzt nicht schwer. Und dann würde ich sagen, ne? Man sieht sich denn nächste Woche erst wieder. Weil dann werden erst die nächsten Dungeon freigeschaltet. Bezüglich das nächste muss ich nochmal gucken. Woanders das nächste. Die Mega... was? Die Mena-Gerie. Okay. Was gibt es da für Karten? Kampschrei befreundet ein Wildtier und ruft eine Kopie davon herbei. Cool. Erhaltet einen zufälligen Magerzauber auf der Hand. Das finde ich natürlich mega nice. Kann jedem Zug beliebig oft angreifen. Kann keine Helden angreifen. Okay. Fluch des Nahen. Finde ich auch nicht schlecht. Und der Kurator. Spot Kampfschrei zieht ein Wildtier, ein Drachen und ein Mörlock aus eurem Deck. Und noch sieben andere Karten. Das könnte spannend werden. Dann würde ich sagen, man sieht sich nächste Woche dann in der Mega-Nerie. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Werden wir mal sehen. Und ja, dann bis zur nächsten Woche. Ciao. 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 Ciao.